Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Und wir machen trotz Angst ein kurzer Versuchungsvorsuch für fünf Minuten weiter. Ich höre gerade Labelle auf die Lippen. Ich habe jetzt eine neue Idee. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, dachte mir so... Okay, pass auf. Die hängen auf der einen Seite fest. Warum dreiste sie nicht so, wie sie auf der anderen sind? So, da guckst du einfach noch mehr Teilen. Vielleicht findest du ja was. So, also. Gehen wir noch mal da rein. Also definitiv, das mit der Kette können wir nicht... Also da können wir nichts machen. Wo waren die Türen noch? So hier. Okay, wir gehen hier rein und... Aha. Wo ist die Tür? Die wird nicht. Ach, das ist ja gar nicht so gut. Cool. Seht ihr, schon wieder ein loses Teil gefunden? Verpiss dich. So, okay. Wie sind die hier? Der ist... Aha. Okay, das wird ein Hin- und Hergerenner. Besonders gleichen. Okay. Da fliegt gerade ein Flugzeug draußen vorbei. So ungefähr? So? Ein bisschen? Ja, ungefähr. Da ist ja noch so ein Teil. Hallo. 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 Wie geht es dir? Okay. Ja, so ungefähr. So halbwegs. Das ist ziemlich hoch und das ist... Ja. Das krieg ich nie im Leben hin doch. Okay. Das ist ziemlich hoch, hab ich gesagt. Du sollst die verdammte Lampe nicht anmachen. Moment. Das ist ziemlich hoch. Moment. Habe ich es gut gemacht? Habe ich es gut gemacht? Okay. Und dafür habe ich auch nur Lösung. Über das, die mich auf die Eier geht. Irgendwie klappt das nicht. So, du kommst nochmal mit. So, aufdrehen. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich ausgelöst habe. Aber verdammt, das klappt nicht. Aha, komm. Bewege dein hübsches Pupülchen. Irgendwie arbeitet alles noch. Oh. 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 Und nun? Äh. Shit. Ich habe es kaputt gemacht. Da war meine Idee gar nicht so schlecht, ne? Okay. Okay, dann machen wir erstmal eine Idee nochmal. Pass auf. Ho, ho, ho. So. Verdammt. Moment. Nochmal hoch. Ho, ho, ho. So. Verdammt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, bevor das kaputt geht. Nein. So. Die Frage ist... Okay. Passt. So, jetzt nochmal. Habt ihr die Geräusche übrigens gehört? Also, woran ich das hier jetzt erkannt habe? Passt mal auf. Na gut, machen wir zuerst die Bahn einfacher. So. Klack. Komm, du auch. Klack. Und du. Klack. So. Ich hab mir da was runter gebaut. Dann guck ich jetzt erstmal hier. Gut, gut, gut. Was habe ich jetzt damit bewirkt? Was habe ich jetzt gemacht? Ihr super, habt mir das jetzt nichts gebracht, oder was? Ich möchte nur sich jetzt aber... Ich bin Clenchessaline, das wisst ihr ja. Ich meine, hat mir das jetzt wirklich nichts gebracht? Das wäre ziemlich ärgerlich. Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie muss angehoben werden, um wieder frei zu kommen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Moment. Ich muss da nochmal rein, habe ich recht? Oh, super. Super, super, super. Okay, und mein Ding steht noch. Ich habe irgendwie Angst. Habe ich die, wie ist es zu gerecht? Äh, habe ich... Äh, bäh, bäh. Ist diese Angst, wie ist es zu gerecht? Ich meine, okay. Ja, weiter jetzt. Das hört man. Ich steck'n Piss. Ja. Und die auf der anderen Seite doch auch, oder? Da ist auch noch so ein Teil. Wo gehören die denn hinten? Okay. Ich habe ein... Stückchen! Ja, damit verdrosche ich alles, was... Oh, cool, da steht was. Hallo. Yeah. Das kann ich sicher in schlechten Zeit noch... ...und überlege gerade. Da oben dreht sich's. Ah! Okay. Da muss ich die restlichen Rohre auch noch hierhin bringen. Okay. Ducken. Oh. Tür aufreißen. Oh. Nicht... Äh. Ja. Das passiert mir jedes Mal. Okay. Rohr hinschmeißen. Das ist gut. Weiter. Hier war doch auch... Ja. Okay. Noch ein Rohr. Sehr gut. Ja. Das ist durch. Und jetzt noch das... ...durchkriegen. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und du bist nicht das so gern weit fliegende Rohr, ne? So, gut. Und da ran. Und da, und dann fehlt noch ein Rohr. Oh, verdammt. Oh, verdammt mich. Ich brauch noch ein Rohr. Okay. In irgendeinem Raum hab ich anscheinend keines aufgesammelt. Hier, oder? Wer war hier? Hab ich hier eins hergeholt? Sieht's aus, hier ist keines mehr. Da liegt was. Und noch was. Aber kein Rohr. Okay, hier ist kein Rohr. Hier gucken wir doch nochmal da vorne. Ob hier vielleicht ein Röhrchen für mich ist. Aber hier hatte ich das andere doch her, oder? Ich meine... Nee, hier hatte ich das doch her. Hier ist doch ein anderer... Oh Mann, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin fehlt mir Rohr. Leute, da komm ich doch mal voran. Da komm ich doch wieder nicht voran. Nein, 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 das ist ganz so doof. Sehr nett. Okay, das ist nur eine Kiste. Hier kommt doch irgendwo ein Röhrchen aus. Den anderen Hölzimmern habe ich schon sehr frei. So habe ich hier oben als Röhrchen. Okay, hier ist kein Rohr. Aber da drüben war auch kein Rohr. Ich meine, hey! Tor! Jetzt mehr ans Davor haben sie die Rohröcke gut verteilt. Okay, hier ist kein Z. Da drüben war aber auch kein Z. Da bin ich mich auch genau umgebrannt. Man, no! Wo ist das kleine Rohr? Ey, jetzt ernsthaft. Wo ist es? Ist da irgendwo noch ein Hauptraum? Das drüben? So hier meine ich. Liegt hier irgendwo noch ein Rohr? Das ist ein Stuhl. Das sind Kisten. Das sind viel zu große Rohr. Ich sehe keins mehr. Wir können ja gerne nochmal hier reingucken. Ich glaube nicht, dass zwei Rohr am selben Platz sind. Ich meine, ich meine es ernst. Ich glaube wirklich nicht, dass zwei Rohr am selben Raum ist. Ich denke, das sind sie auch nicht. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Wo ist das letzte Röhrchen? Ich nenne es schon Röhrchen. Möglich, ne? Das müsste doch hier sein. Oder habe ich hier erst einmal vorher? Ich meine, hier hinten ist es ja nicht, ne? Da kann ich umkrabbeln, wie ich möchte. Hier ist es nicht. Warum nicht? Krabbeln. Du sollst eigentlich wieder aufstehen. Aber gut. Hey, ich verwechsel auch auf die F mit der STRG-Taste. Ist das noch eine Lampe? Okay. Eine Lampe. Ist die oben vielleicht irgendwo einfach mal? Muss ich schon? Das ist ein Ablegen. Gut. Jetzt werden es auch. Was ist denn das schlechte Röhrchen? Komm schon, ihr habt mich doch liebt. Kommt, ihr habt mich jetzt zu lieben. Ja. Warum nicht? Warum habt ihr mich nicht liebt? Ich bin doch Heloide. Nein, wie es aussieht, ist hier auch kein Rohr. Ich weiß nicht, wo das sein kann. Ich nehme jetzt diesen Stein mit. Ich wollte eigentlich da lang. Ich wollte eigentlich da lang. Warum jetzt dieses Rohr heraus? Nein. Ich habe mir eins aufrufen. Das letzte Rohr. Da fehlt nämlich noch eins. Ich wusste jetzt schon, dass die Lächer für uns gut sind. Die haben ich am Anfang schon gewusst. Und ich werde ziemlich paranoid von diesen ganzen Geräuschen mittlerweile. Und das ist nicht gut. Ich habe Angst, das kaputt zu machen. Gut, ich kann sie nicht mehr verschieben. Das ist unser Besser. Ach Leute, wir schenken doch noch ein Rohr. Bitte. Wo ist denn das jetzt? Oh Mann, ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Das ist ganz böse. Ganz, ganz böse. Wir haben nur noch ein paar Sekunden eigentlich. Das ist aber noch nicht. Ich habe ja die Vermutung, dass... Da unten irgendwo noch eins rumfliegt, aber... Oh mein. Bin ich heute wieder wagerutig? Ich glaube nicht wirklich, dass hier noch wirklich eins da unten liegt. Also es wäre ein bisschen komisch, dass wir uns hochnehmen müssen und... Das ist immer noch so viel Wasser, ne? Ja, okay. Okay, Leute, ich... Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Auch wenn wir das letzte Rohr suchen. Und... Ja, bis dahin. Ciao!